Hallo liebe Leute, herzlich willkommen beim Online-Coaching-Lehrgang für EMTB und MTB-Freunde und Freundinnen. Ja, uns geht natürlich heute um das Thema die Basics. Wir haben zehn Lektionen, wo jeder von euch gucken kann, passen die Basics, man kann sich selber überprüfen oder wenn man noch gar nicht so im Thema drin ist, erstmal alles an Wissen und Know-how aneignen und das kannst du direkt auch anwenden. Es gibt schon seit mehreren Jahrzehnten Fahrtechnikkurse mit Trainern und Trainerinnen. Das ist super und sinnvoll, aber über die letzten Jahre hat sich das Online-Coaching im Bewegungslernen bei verschiedenen Sportarten auch immer mehr verbreitet und auch schon jahrelang im Mountainbiken, weil es natürlich etwas ist, was man sehr viel übt für sich selber. Das ist eine Individualsportart und da ist es vom Zeitmanagement und auch einfach von der Effizienz super, wenn man online begleitet durch Input und Feedback lernen kann. Deswegen macht das durchaus Sinn und es ist aber auch kein Widerspruch. Jeder kann natürlich immer noch gern Fahrtechnikkurse machen. Ich möchte in dieser Eingangslektion nochmal ganz kurz klar machen, was das Ganze bezwecken soll, wie man das Ganze anwendet und welche Methoden ich euch dabei mitgebe, weil natürlich muss man auch, wenn man so ein Online-Coaching macht, selber noch mitdenken und auch für sich selber Lösungen finden. Ich gebe das Handwerkszeug und den Input dafür, aber ich schreibe jetzt keinen Trainingsplan für jeden Einzelnen, wo man weiß, an dem Tag übe ich das und das und das und man muss auch selber für sich schauen, wie kann man das Ganze optimal für sich selber anwenden. Wir haben insgesamt 50 Lektionen und es sind jetzt 10 Lektionen für die Basics und da sind jeweils dann schöne Übungen drin, die man machen kann und natürlich auch der Input, wie Dinge in der Idealform aussehen. Und es ist so, dass wir in den höheren Levels haben wir natürlich Wheelie, Manual, Bunnyhop, Hinterversetzen, solche Geschichten und natürlich Sprünge, die ganzen Bikepark-Themen. Da ist es häufig so, dass spezielle Bewegungsabläufe, die vielleicht auch schon komplexer sind, die man in bestimmten Situationen abrufen will, erlernt werden möchten. Da ist natürlich eine bestimmte Methodik und Didaktik ganz wichtig, die Schritte, wie man da hinkommt. Aber jetzt auch schon für die Basics möchte ich nochmal sagen, das sind die Hauptwerkzeuge, die ich euch mitgebe und die könnt ihr dann auch immer wieder anwenden, weil ich werde nicht bei jeder Sache jedes Werkzeug durchdeklinieren, jedes Tool, jede Handlungsweise, die man machen kann, sondern ihr wisst dann genau, welche Methoden ihr machen könnt. Ich gebe dann ein bisschen den Schubser und dann kann man auch selber nochmal sagen, vielleicht mal die Methode bei dem Thema hilft. Da ist natürlich wichtig, dass man nicht nur einfach vor sich hin übt, so wie man es dann gezeigt bekommen hat, welche Übungen man machen kann, sondern dass man auch ein Feedback bekommt und dass man sich auch selber überprüft. Online geht das in der Facebook-Gruppe, die es hier extra für dieses Online-Coaching gibt, wo man dann zum Beispiel einen Clip schicken kann. Sieht das gut aus, wie ich hier gerade den Trail runterfahre, passt die Position oder wie ich gerade den Wheelie übe, je nachdem, was man gerade macht. Und natürlich auf MTB News im IBC-Forum, im Fahrtechnik-Unterforum, kann man auch, da bin ich auch unterwegs, auch wenn man jetzt Facebook nicht nutzt, kann man seine Beiträge reinposten und dann andere und ich kann auch Feedback geben. Wenn ihr mit diesem Online-Coaching die Sachen übt oder auch quasi einfach mal jetzt bei den Basics schaut, passt das alles, weil oft ist es so, dass in den Basics was nicht passt und dann, wenn man ganz schwierige Trails fährt, da kommt es dann raus, weil vorher hat man alles mit Geschwindigkeit gelöst, jetzt kommen kleine Disbalancen oder so raus und man kriegt Probleme bis hin zur Sturzgefahr. Dann ist es natürlich gut, wenn man folgende Dinge beim Lernen beachtet. A, ihr müsst schauen, dass ihr möglichst häufig übt. Und wenn ihr bestimmte Bewegungsabläufe üben wollt, dann macht das bitte in einer reizarmen Bedingung, zum Beispiel auf einem Parkplatz kann man sehr gut Bunnyhop üben. Auf einem schmalen Waldweg, wo man wenig Platz hat, wo Leute kommen und so, ist man zu abgelenkt. Also viel Platz braucht man auf jeden Fall, wenn man gewisse Dinge üben will und wenn man sich auf manche Dinge konzentrieren will. Und dann muss man sich halt nach und nach Spielplätze suchen, wo man das Ganze üben kann. Zum Beispiel auch kleine Geländeformationen, wenn man sagt, nicht direkt eine steile Stelle in einem Trail, sondern man weiß irgendwo einen kleinen Wiesenhang, wo es gerade geht, dann kurz ein bisschen steiler, dann wieder gerade. Und so kann man das Ganze gut üben. Die Hauptmethoden, die ich euch für die Basics und auch für die anderen Themen mitgeben möchte, die ihr auch immer wieder erkennen werdet in Übungen, sind folgende. Das Erste ist natürlich, wenn man sich jetzt ein Wissen angeeignet hat, wie sieht eine bestimmte Haltung aus oder wie sieht ein bestimmter Bewegungsablauf aus, dann ist es so, dass man selber mal bewusst spüren sollte, also mal bewusst fühlen sollte. Man kann natürlich auch an sich runtergucken und sagen, ist mein Bein jetzt wirklich gestreckt, sind meine Beine gerade oder stehe ich sehr gebeugt. Und dann nutzen wir sehr gerne das Tool der Foto- oder Videoanalyse. Das kann man mit einem Smartphone-Handy machen oder einem Tablet. Eine weitere Methode, die sehr sinnvoll sein kann, ist die Kontrastmethode, dass man sagt, wenn man jetzt mitbekommen hat, okay, ein häufiger Fehler ist, die Beine sind viel zu viel gebeugt in dieser Position, dann kann man ja mal sagen, ich beuge die Beine mal stark und dann strecke ich sie mal ganz, um diesen Kontrast zu spüren. Also, dass man den Fehler mal selber spürt und dann bewusst merkt, okay, das ist sehr anstrengend in den Beinen, jetzt mache ich die Beine gerade und dann bin ich entspannter. Eine weitere Methode ist die Zeitlupen-Methode und zwar die körpereigene Zeitlupe. Man will eine Bewegung erlernen, hat schon eine Vorstellung, wie das sein kann, aber anstatt jetzt sofort mit Dynamik auch in einzelnen Schritten das zu machen, geht man hin und führt die Bewegung sehr langsam aus, um erstmal zu spüren, wie sich das überhaupt anfühlt und mal den Gelenken, den Muskeln, den Gehirn natürlich die Möglichkeit gibt, das Ganze zu spüren, ohne dass es sofort in der totalen Dynamik passiert. Dann natürlich ein absolutes Basic-Ding bei allen Methoden ist die Isolierung-Methode, dass man einzelne Aspekte isoliert und die dann übt. Das ist ganz, ganz wichtig, gerade bei den komplexen Bewegungsabläufen. Eine weitere wichtige Methode ist die Subvokale-Methode. Man sagt sich quasi beim Machen selber ein Kommando an und man könnte zum Beispiel sagen, die Arme strecken und in dem Moment macht man das auch. Das hilft sehr, gerade beim Umleeren, wenn man vorher schon einen Bewegungsablauf einstudiert hat, unbewusst und man macht immer genau so quasi falsch oder so, wenn man es nicht machen will und man kriegt es aber nicht umgestellt, dann kann man sich beim Machen selber sagen, ein weiterer Vorteil, man atmet beim Reden besser, als wenn man den Mund zukneift. Eine Methode, die ich euch immer wieder mitgebe, ist das Bild. Also ich gebe euch ein Bild mit, zum Beispiel die Kaffeepause ist ein Bild, wenn man sagt, man möchte aufrecht entspannt stehen, wie im Flur, auf der Arbeit mit einem Kaffee, da steht keiner gehockt, was die Beine da müde macht. Also einfach ein Bild mitgeben, damit ihr damit arbeiten könnt beim Üben. Eine Methode, die vielleicht nicht so häufig vorkommt, aber die ihr auch für euch anwenden könnt, ist der Wechsel von inneren und äußeren Fokus. Zum Beispiel, wenn man jetzt das Beispiel nimmt, man möchte ein Wheelie fahren auf dem Hinterrad oder einen Sprung machen, je nachdem, dann kann man sagen, der innere Fokus wäre zu sagen, ich mache beim Üben so einen Fokus, wie fühlt sich gerade mein Arm an, ist mein Arm gestreckt? Dann fokussiert mich das, was mein Körper gerade macht. Häufig ist auch der äußere Fokus super sinnvoll. Und zwar kann man zum Beispiel sagen, ich übe gerade einen Wheelie und komme schon einen Meter weit und jetzt sage ich, ich will den Wheelie bis zu dieser Linie da schaffen. Dann läuft der Kopf und so die Bewegung, die man schon drauf hat, die läuft auf dem Autopilot und man konzentriert sich vom Fokus her, bis da möchte ich es schaffen. So und so viel Kurbelumdrehung. Und das kann auch total helfen, sich intuitiv anzupassen, das gleiche Weg zu halten und so das Ganze schneller zu erlernen. Wenn ihr dann wirklich häufig übt, bedeutet das für euch, gerade die, die beruflich aktiv sind, dass man sagt, lieber jeden Tag mal 10 Minuten, Helm an, Schütze an und dann üben, als am Wochenende zwei, drei Stunden ambitioniert üben. Ihr braucht diese hohe Wiederholungsfrequenz, um das Ganze zu erlernen. Sonst könnt ihr es eigentlich auch sein lassen, gerade bei den komplexen Bewegungen. Und ihr solltet wirklich auch mit der Videoanalyse arbeiten und mal prüfen, was ihr überhaupt macht. Weil wenn ihr das nicht tut, kann es sein, dass ihr euch ungünstige Bewegungsmuster noch mehr eintrainiert. Und wenn ihr das irgendwann mal merkt, dass da was sich eingeschlichen hat, dann wird das Umlernen noch viel zeitaufwendiger. Natürlich möchte ich mit diesem Online-Coaching euch vor Irrwegen und Fehlern bewahren, dass sie so lange dauern eigentlich. Weil es ist trotzdem wichtig, dass ihr beim Üben Fehler macht, weil ohne die könnt ihr das Ganze auch nicht lernen. So funktioniert das Lernen. Ich möchte es nicht zu detailliert beschreiben, was im Gehirn passiert, wenn man neue Bewegungen lernt. Aber ein wichtiger Aspekt ist es auch, dass man natürlich auch Dinge falsch macht oder so macht, dass sie nicht gut klappen. Und dann merkt, okay, nur so kann ich dann auch spüren, wie es dann besser klappt. Das kann ich auch auf einer bewussten Ebene machen. Oder manchmal passiert es auch einfach zufällig, intuitiv beim Üben. Und dann kann man das weiter einstudieren. Wir wollen auf jeden Fall erreichen, dass sich alles automatisiert und man nachher entspannt mountainbeigen kann, auch im technischen Bereich, und alles automatisch abläuft und man richtig auf das Gelände reagiert. Ganz wichtig ist, wenn ihr bestimmte Fahrtechnik-Manöver wie den Bunnyhop übt, wo ihr wirklich viel Zeit investiert, dann sollte man nicht ab und nur so vor sich hin üben nach Lust und Laune, sondern man sollte sich wirklich konkrete Ziele setzen. Am besten auch mit einem Zeitrahmen, dass man sagt, okay, jetzt haben wir November, jetzt aufschießen, ich möchte gerne im Januar den Bunnyhop können oder das und das können. Musst ihr individuell, müsst ihr da schauen, wie es für euch passt. Aber ein bisschen Druck braucht man und ein bisschen Anspornen und diesen positiven Stress, dass man auch wirklich das Ganze gut trainiert, weil ich kenne so viele Leute, die Wheelie und so weiter jahrelang irgendwie immer mal so ein bisschen vor sich hin trainieren. Aber weder mit genug Wiederholungsfrequenz und Häufigkeit, noch mit einem klaren Ziel und einem konkreten Zeitpunkt so, zack, jetzt muss es können. Ja, bleibt dran und übt das. Ich verlinke hier unter das Video noch ein paar Tipps zu Informationen mit Links oder auch Videos, wo ihr zu diesen Themen, die wir jetzt schon genannt haben, noch einzelne Punkte findet, auch in dem anderen Online-Lehrgang, den es speziell für Guides gibt und Trainer. Da kann man nochmal tiefer einsteigen in die ganzen Hintergründe vom Lernen. Ja, und dann bedanke ich mich euch, dass ihr dabei seid. Vielleicht macht ihr daraus ja auch eine Challenge und könnt mit den Kumpels oder mit den anderen in der Bike-Community euch verbessern und sicherer und spaßiger am Gelände unterwegs sein. Danke und los geht's!